Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Black Tail. Wir befinden uns vor unserer Hütte wieder und wir haben ja eine Kröte gefunden. So, so sweet. A stickbug's spine. All honey from bees. From what I have sowed. I'll reap what I need. Januar jetzt mal so rein. Das ist die aktive Quest, wo wir wieder zu den Dingens hin müssen. So. Ich will jetzt aber mal dahin. Das ist ja direkt hier bei uns. Kann ja nicht so weit. Hallo, hallo. Das kann ja nicht so schlimm weit weg sein. Mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, wieso dauert das so lange? Irgendwer hat das erste Mal die sprechende Katze getroffen. Muss ich da oben rauf, oder was? Wir gehen eben mal hinterher. Ich Idiot. Ich folge dem Kreuz, ich Schwachkopf. Hallo, ich will da... Der Besen. Was? Warum? Sehr schön. Noch ein Zahn. Ist sehr gut. Ach, die verehrte Frau Königin. Oh, warte. Die sind irgendwo ganz nah. Warte mal. Oder ist das einfach die Königin hier? Die ich dann immer sehe. Ah, scheiße. Haben wir noch nicht. Aber kriegen wir ja noch. Die Lamenten rang through the forest, as their souls left this world. The conquest should go all the swifter now. These shells shall make for fine armor for my most decorated warlords. Nice. Sehr schön. Gucken wir uns nochmal unsere Moral an. Ja, wir steigen immer mehr. Jag den Rotpelz. Alter, ey. Das... Ich kriege den Rotpelz einfach nicht gejagt. Ich kriege diesen verdammten Kackmist Rotpelz einfach nicht gejagt. Und da sind auch noch Dinger. Komm, vielleicht kommen wir hier hinten ja nochmal hin. Dann machen wir das gerade nebenbei. Aber ich würde jetzt gerne wirklich die Dings verfolgen. Die... Ja. Die Hauptquests hier verfolgen. Das mache ich auch. Hoffentlich stoppe ich jetzt nicht über einen Giftfisch. Oder Spinne. Ja. Try finding yourself first. Fancy a chat girl. Remember, whatever happens, don't pick the flower. Ach so, ja. Ja. Mit der Quest fortfahren. Welche Quest? Oh nein. Oh, sag mal. Sehr gut. Deine Reise sind immer voll mit Plenty. So. Sind das... Ist das diese Quest, sag ich mal? Ist das hier? Ne, das ist ja hier hinten normal. So. Wir müssen zurück zu dem Spinner. Ähm. Ähm. Danke. Gib her. Oh, guck mal wie schön. Guck mal wie schön. Ist das nicht schön? So. Quest. Ist schon wieder dieser Typ. Oh, ja. Oh, ja. Toll. Danke. Danke. Ich will den haben. Oh, jetzt bleibe ich hier am Busch hängen. Nein. Nein. Oh, leck mir doch die Eier. Ach. Ganz toll. Kacke. Was? Wo? Willst du denn? Okay, hier ist eine fette Festung. Aber da will ich ja gar nicht hin. Will ich irgendwie rein zufällig wenigstens in die Richtung gelaufen? Ja, irgendwie, hä? Scheiße. Wir laufen einfach vorbei. Wir haben keine Zeit. Ja, das ist ja gar nicht so, ne? Alter. Ach, da oben ist noch. Ja, 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 ja. Oh, die sind ja überall hier. Ich würde gerne oben hoch. Ah, kann ich so sein. Wir wollen mit der Königin reden. Okay. Ja, ja. Vielen Dank. Oh, verdorbene Moral. Alter, okay, alles klar. The hedge... The beasts don't only eat aunts, they also seem to yearn for apples, my queen. What of it? Perhaps if the fruit is infused with enough aunt venom. Oh, my God, this is crazy. We shall poison them and they will perish like all who oppose my rule. Oh, my God, this is bad. We are so bad. Wir sind einfach so ein Dreckschwein. Wir müssen da noch immer runter, ne? A tank on honor can never be hidden. Ja, ja. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, komme ich wahrscheinlich schneller dahin, ha? Ha, zum Arsch. Oder vielleicht doch? Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ähm... Also hier... Also hier bin ich falsch. Ha, ha, ha. Also hier bin ich eindeutig falsch. Obwohl, warte mal. Ja, das ist ja immer das perfekte Pawn Down dazu. So. Hier unten haben wir aber leider nichts. Das ist das Blöde. Oh je, wir müssen hier komplett zurück. Ohhhh... Alter. Okay, wartet mal. Ähm... Wenn ich jetzt dahinter springe, sterbe ich dann? Ist das dann... Ist das dann... Ich komme da nicht mehr raus, ne? Glaube ich. Hehe. Ich glaube, ich komme da nicht mehr raus. Halt, passt auf. Äh... Wir machen das so. Ich mache jetzt hier kurz einen kleinen Mini-Cut von der Folge, ne? Und ähm... Dann sehen wir uns gleich... Dann sehen wir uns gleich hier unten wieder. Hier irgendwo. Hier in dem Bereich. Irgendwo sehen wir uns dann wieder. Wenn ich denn dort unten bin. Ja? Okay. Alles klar. Dann sag ich mal... Bis... Gleich. Und zack, da sind wir auch schon wieder zurück. Im düsteren Bereich. Im düsteren Bereich dieser... Gefilde sozusagen. Wo wir mit Spinner reden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht kämpfen müssen, wenn ich das da oben so sehe. Hier. Hallo. Das ist ein schmerzes Land. Hehehehe. Kannst du es schmerzen? Was ist schmerzen? Was ist schmerzen. Was... Du... Oh! 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 Ich bin ein dicker dicker. Und, sie wurde mein Slave. Also, du warst einfach mit mir zu schlafen? Du bist etwas. Aber, ist sie ein guter Slave? Sind sie mit ihr? Wie man sich mit ihr entspricht? Wie man sich mit ihr entspricht? Wie man sich mit ihr entspricht? Ich will nicht sagen, wer. Wie man sich mit ihr entspricht? Wie man sich mit ihr entspricht? Wie ich nicht sagen, wer? Honestly? Nicht wirklich. Sie wurde eher... Stiff. Ich mag eher... Wacky Servants. Oh, get out of here. Und, als es nicht genug ist, da immer eine gesellschaftliche Imps über die Prinzessin. Heldet durch ein Brut infestiert Imp. Lewee. Oh, dann. Lass sie dann roten. Aber... Lewee. Wie ein wunderschön Name. Und... ... 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 125 ... ... Kommen wir in eine Winterlandschaft rein? Boah, das wäre ja cool. Aua, scheiße. Wo ist... Alter, wo kommen wir hier hin? Oh. 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 Alter, wo kommen wir wieder? Oh. 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 Okay, warte Oh shit Oh man Das ist doch ne Kacke Das gibt's doch gar nicht Achso, ich hab keine mehr Keine Chance Kristalle mitnehmen hier Ist einer drin gefangen Ja, aber ich komm trotzdem nicht da hinten hin Ai, 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 ai Scheiße Wir kommen voll in ne Winterlandschaft rein, ne Ich komm halt voll da nicht ran Eher so, hä So eine Kacke Ich glaub wir sind hier viel zu schnell Wurde auch nicht Das ist interessiert mich jetzt Ich will da hin Ich will da hin Egal was ist Ach du Scheiße Hoffentlich stirbt Aha Die sind cool die Pilze Alter, wo sind wir Okay, wir sind glaub ich Richtig gelaufen Obwohl wir glaub ich Hätten auch irgendeinen anderen Fahrt Nehmen können Auch wenn's Mittag ist Ups Will haben Ihr habt keine Chance gegen mich Na toll Es ist die Ameisenkönigin Es ist die Ameisenkönigin The Legion's triumph Ok, alles klar Wir machen grad einen Jäger-Trank Oh mein Gott Oh mein Gott Habt ihr mir die Wunschung Gut Dann wissen wir Bescheid Dass das die Ameisen sind Dann ist da noch eins Für die Ameisen Ist das alles noch Karte? Gut Dann würde ich sagen Machen wir uns als nächstes Ich würde halt schon gerne Den Typen Das ist wieder der Spinner Okay, pass auf Machen wir später Wir gehen auf jeden Fall hier erstmal drauf Aber das erst in der nächsten Folge Das erst in der nächsten Folge Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen Die Welt ist einfach So zauberhaft, wunderschön Und dennoch so tödlich Und furchtbar, so wie düstere Ja Düstere Schatten, die sie auf einen wirft Bis zum nächsten Mal Overplayed End out Tschüss Hex Hex Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017